Schönen guten Abend zusammen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Grizzlies Wolfsburg gegen die Straubing-Tigers. Endstand vor 1.623 Zuschauern. 0 zu 4 Aussicht der Grizzlies. Kommen wir direkt zu den Trainerstimmen und dann darf ich Tom Pogel bitten, seine Worte zum Spiel abzugeben. Bitte. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Wir haben im letzten Spiel gegen Mannheim nicht unbedingt viel Puckluck, die Bounces, die Pucks sind nicht gesprungen auf unserer Seite. Ich denke, das war ein sehr hohes Tempo, Urs und Driddle. Wolfsburg gekommen mit aggressiven Pinching, sehr wenig Bullies, wenig Abrechnungen und auf jeden Fall ein sehr schnelles Driddle. Urs und Driddle in den letzten paar Spielen war nicht unsere Stärke und das war anders heute Abend. Wir haben ein starkes Urs und Driddle geliefert und gespielt. Hin und her, schnelles Tempo. Ja, zweiten Driddle. Auch denke ich, dass Wolfsburg sehr viel Druck auf unsere Verteidiger mit sechs Verteidiger, mit zwei Jungen, Zimmermann und Klein. Sie haben versucht und gedruckt und hartes Vorchecking. Für uns ist es ein richtiger Battle. Pucks out, chip outs, Pucks tief. Es ist uns gelungen, eine neutralzone Defense mit dem Counter, den 2 zu 0. Und im dritten Driddle, den Puckluck ist auf unserer Seite. Der Bounce ist mit dem dritten und vierten Tor. Große Lob an Tyler Parks, Matchwinner für uns heute Abend. Aber eine sehr starke Wolfsburg-Mannschaft, die uns permanent unter Druck gesetzt haben. Dankeschön. Vielen Dank, Tom Pogl. Mike, deine Worte bitte. Danke und guten Abend zusammen. Gratulier an Tom und seiner Mannschaft zum Sieg heute. Tom hat sehr gut gesagt, unser erster Titel war eigentlich okay, aber langer und kurzer Sinn. Individuelle Fehler zum Ozone Turnover zum 1 zu 0. Neutral Zone Turnover zum 2 zu 0. Wir haben eigentlich im zweiten Drittel sehr viel Druck ausgeübt. Wir waren am Drücken und zum Schluss wir vielleicht ein bisschen überaggressiv waren und wir sind in Minderheit geraten. Die erste Minute, im letzten Drittel, unlucky goal against. Die Jungs haben das eigentlich gut ausgeführt, aber zum Schluss der Scheibe ist ins Tor gelandet und wir haben gedruckt bis zum Schluss, aber ich glaube, wir haben noch zwei Stunden spielen können und wir hätten kein Tor geschossen. Es war so ein Abend, aber nichts zu trotz, die Jungs haben hart gearbeitet, aber letztendlich müssen wir einen Weg finden. Mehr Torschüsse, mehr Bullys gewonnen, bla bla bla, das ist schön und gut, aber wenn du schießt kein Tor, dann kannst du keine Partie gewinnen. Und das war zurück zu diesen Auf und Abs, die wir erfahren haben in letzter Zeit und wir müssen schnell lernen, wie man enge Partien gewinnt und das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Das können wir, aber wir sind ein bisschen weit weg von unserer Spielweise und das zeigt beide Ergebnisse. Danke. Danke, Mike. Die Fragen, bitte. Ja, Mike, ihr habt heute einige Spieler wieder zurückgekriegt, die länger verletzt waren. Mingoya war länger verletzt, Bittner war für ein paar Spiele ausgefallen wegen seiner Verletzung. Euer neuer Spieler war im ersten anderthalb Dritteln mit drauf. Spielt das eine Rolle, dass das Team nicht so eingespielt ist? Nein, wir haben sieben Monate jetzt zusammen verbracht. Es ist eher, ich würde sagen, die allerletzte Konsequenz, allerletzte Biss fällt zur Zeit und in der Zukunft, das ist genau, was wir brauchen, um Partien zu gewinnen. Du hast ja dann umgestellt, nachdem Manette raus ist, auf drei Reihen, sind immer durchrotiert. Trotzdem konntet ihr da, man hatte von außen das Gefühl, ihr habt es immer wieder versucht, seid nach vorne gerannt, habt auch viel Energie reingesetzt, auch Härte, wie man ja anhand einiger Battles da sehen konnte. Trotzdem, von außen sah es aus, als ob keine Idee da war, die zu knacken. Was ist die Frage, Sven? Also, ihr habt von außen gesehen, sah das so aus, als ob ihr dieses schnelle Spiel der Straubinger, dieses schnelle Kunterspiel nicht richtig verarbeiten konntet. Habe ich da durch mich von draußen? Der gegnerische Tormann hat sehr, sehr stark gespielt heute und durch seinen Einsatz heute, wir haben kein Momentum aufbauen können. Aber die Jungs haben Torschancen genug gehabt, haben hart gespielt, haben das Richtige gemacht, aber wir haben kein Mittel gefunden, um diese Situation zu lösen. Eine letzte Frage an Tom Pocke. Sie hatten eine Auszeit genommen. Was war die Begründung? Also, in dem Moment habt ihr... Ich habe, glaube ich, aufgeschrieben auf meinen Zettel hier, ich glaube, vier Minuten vor der Auszeit zu nehmen. Es gab keine Pause, keine Abbrechung. Wir waren auf unserem Rücken. Es war permanent Wolfsburg in unserer Zone. Wir haben nur die sechs Verteidiger. Wolfsburg hat das ganz genau richtig gemacht. Sie haben Seitenwechsel gemacht, Puckbesitz in der Angriffszone. Wir konnten kaum zum Wechseln kommen und unser Verteidiger brauchten eine Pause. Wir haben die Power Break genutzt und dann ist, glaube ich, fünf Minuten vor Ende. Es war unbedingt notwendig, unserem Verteidiger eine Pause zu geben, Luft zu schnappen, Sauerstoff. Nur eine taktische Sache wurde gesprochen, aber sonst ist es nur eine Pause für unsere Verteidigerung, dass wir diese Druckwelle verlangsamen könnten, eine Pause zu geben. Es ist uns gelungen, ein bisschen mehr in die andere Richtung zu gehen. Scheiben raus aus unserer Zone und nicht Chip and Change, dass wir wieder in unserer eigenen Zone sind, sondern Breakout-Aufbau durch die neutralen Zone, ein bisschen mehr in Wolfsburgs Zone zu spielen. Das war notwendig wegen der Personalsituation in unserer Abwehr. Das war es für heute, Tom, deiner Mannschaft und dir. Viel Erfolg in den nächsten Spielen, unseren Gästen aus Straubing. Eine gute und sichere Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Tschau.